hallo und herzlich willkommen liebe community hier ist mir wieder krissi schnissi und ja wir müssen leider noch ein video machen zum thema balkon kraftwerks tut mir leid aber ja ihr schreibt nicht in die kommentare sondern schreibt per e mail und die frage war können wir das ganze auch ohne iobroker machen geht das mit no dread können wir das mit influx 2 und mosquito server machen ich habe das probiert das funktioniert nicht kannst du da mal helfen kann ich machen wir werden das ganze mit dem docker kommt aus machen das heißt es wird sehr schnell installiert werden wir müssen dann aber noch ein paar sachen verändern damit das funktioniert ja bei so instant out of the box funktioniert leider nicht so ich habe hier wieder auf meiner proxmox maschine eine ubuntu 22 10 installiert ja es gibt mittlerweile die 23 4 aber wir machen es jetzt auf der 22 10 übrigens mal ein kleiner fun fact warum sind das hier so komische zahlen ganz einfach die 22 ist das jahr und die 10 ist der monat und bei ubuntu wird immer im oktober und im april gibt es ein großes update das heißt 22 10 heißt oktober 22 und die neueste version ist 23 04 april 23 werden wir aber nicht verwenden wir werden die 22 10 nehmen weil da weiß ich dass die funktioniert ja wenn ihr der meinung seid das mikrofon klingt heute mal besonders geil dann kann ich euch mal etwas erzählen und war ein biodynamic m 90 pro x habe ich mir geleistet hier guck mal ich zeige es euch mal da ist es ja nicht wundern dass sie quietsche hier ist mein mikrofon arm die federn kriegt schon ein bisschen ich muss mal ölen weil immer gefragt wird was habe ich für ein mikrofon das habe ich jetzt neu xlr mikro großmembran da braucht ihr natürlich deine soundkarte zu mit phantomspeisung und so aber geiles ding weil ich dann mal wieder ein bisschen musik machen wir haben bisschen gitarre aufnehmen ein bisschen gesang aufnehmen deswegen habe ich mir das mal wieder organisiert normalerweise habe ich ein nt1 nta usb nt1 usb ich weiß nicht genau wie es heißt von road ein usb großmembran mikro eines der besten mikrofone die man sich überhaupt kaufen kann also wirklich super super geil und das biodynamic das hat mich jetzt angelächelt ja man darf ja mal über seine produkte sprechen die man sich so kauft ohne dass es immer gleich so als werbung gedeutet wird ja also mal ausprobieren ihr hört es ja wie es klingt sehr sehr schön so wir haben hier jetzt die shell von unserer maschine das heißt wir machen immer die gleichen befehle eigentlich wir machen update und upgrade minus y und damit bringen wir erstmal unser system auf den neuesten stand wir haben ja gesagt wir wollen bei der 22 10 bleiben wir werden dann docker installieren wir werden den docker compose auch noch installieren und das zeige ich euch noch mal hier unser docker compose feiern so sieht es aus und hier werden wir die version 3 verwenden von docker compose und wir werden verschiedene services installieren mosquito als latest auf port 1883 mit hier ein paar konflikt dateien not red werden wir installieren auch standard port 1880 auch mit einem volume wie gesagt wir werden jetzt volumes nehmen ja ich das text noch mal so wir werden jetzt wollen es machen damit da damit wir in zukunft da keine probleme mehr kriegen influx werden wir die latest nehmen da sagen die leute musste 27 nehmen latest ist 27 also von daher 27 x 274 oder was gerade aktuell ist auf port 8086 influx db2 und wir müssen hier natürlich ein paar umgebungs variablen hinzufügen zum beispiel der mode ist setup wir wollen es also installieren username ist admin den könnt ihr könnt ihr eintragen was ihr wollt das ist für das webinterface das ist das passwort für das webinterface wie gesagt auch das könnt ihr selbst festlegen die organisation ist wichtig die müsst ihr euch merken die braucht ihr nachher das heißt ja mein zeit zeitfeld power und der bucket der olle eimer wo der schnatter rein muss den nennen wir solar ja wie könnt ihr auch nennen wie ihr wollt ich nenne jetzt solar so dann aber natürlich grafana grafana diesmal auch mit einem volume ja port 3000 standard port wir werden auch portena verwenden damit wir halt auf port 9443 quasi unsere docker container auch ein bisschen bearbeiten können und eventuell updaten können weil das geht dann wirklich sehr schnell damit und hier unten sind noch die volumes drin und das thema ist was viele vergessen wenn ihr solche dateien erzeugt also selbst erzeugt dann achtet bitte auf die einrückungen ja docker compose ist ein python script also python geschrieben und das reagiert extrem komisch wenn ihr nicht richtig einrückt ja also wie ihr seht services dann den service selber den müsst ihr zwei einrücken und hier image sind dann schon vier ja und das hier sind dann schon fünf also da müsste wirklich aufpassen dass er das ordentlich einrückt weil sonst funktioniert das skript nicht ja das ist total blöd so jetzt machen wir ab dem style mit docker punkt brauchen wir das enter drücken haben wir ja schon mehrmals gehört dass da wo der große buchstabe ist da brauchen wir das enter drücken man hätte jetzt natürlich auch gleich noch docker compels mit hinten dran hängen können als befehl aber wir machen es jetzt mal so dann machen wir abt install docker minus compose und da sehen wir dann auch wenn man docker kompels 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 installieren sehen wir dann auch dass hier peisen und sowas installiert wird docker kompels ist halt ein python ein peisen script sozusagen so dann haben wir das auch installiert wir gucken mal docker ps ja docker ist installiert es ist alles schick so jetzt müssen wir eine datei anlegen und zwar die docker compose jamel das ist ja die die wir hier sehen ja das heißt wir machen jetzt hier mal steuerung a steuerung c dann haben wir das alles markiert und kopiert und jetzt ist natürlich die frage wir sind ruht wir brauchen user macht's wenn ihr der meinung seid ihr müsst es als user machen spielt damit rum und macht's einfach ja also kleiner hinweis ihr müsst natürlich die sudo gruppe mit rein ihr müsst in die docker gruppe mit rein und so weiter wenn ihr das machen wollt macht das ihr könnt das ganze auch ganz normal im home verzeichnis installieren ich mache es nicht ich mache es einfach gut und dann ist peng also ich bin jetzt hier im home verzeichnis von root mir ist das völlig egal wo das hin installiert wird so also das heißt wir machen nano und dann nennen wir das nehmen wir die datei docker minus compose punkt y m a ja das haben wir ja auch schon gesehen sage ich mal bei den vorhergehenden videos dass die datei so heißt wenn wir die aufmachen ist sie natürlich leer und wenn wir jetzt hier rechts reinklicken dann sehen wir hier die entsprechenden dateien oder die daten das hier unten gehört nicht dazu das muss ich noch mal raus löschen das ist nämlich ein token was wir nicht brauchen weil wir ja jetzt ein neues generieren so also wir sehen hier schön bei dem moba externen dem ssh client dass man hier schön syntax highlighting hat das heißt wir sehen schön ob alles so weit schick ist ja hier noch mal drüber gucken das ist alles soweit ok und wie gesagt mit den einrückungen müsste halt aufpassen so steuerung x die taste y drücken und enter und schon sind wir wieder auf der konsole und jetzt können wir sogar schon die ganzen sachen installieren und zwar mit docker minus compose ab minus d drücken wir jetzt einfach mal drauf jetzt werden die verschiedenen volumes erstellt jetzt werden die ganzen sachen runter installiert das kennen wir auch schon aus einem der vorgehenden videos das ist ja der vorteil bei compose man muss das nicht alles einzeln anklicken und raussuchen und machen und tun wenn man die docker compose jahre einmal angelegt hat und weiß wie sie funktioniert dann kann man eigentlich damit alle möglichen sachen gleichzeitig installieren das ist ein sogenannter stack und der wird jetzt automatisch für uns installiert ihr seht also grafana influx notred es ist alles schicki da wo es sein soll und nachdem das ganze dann gestartet wurde werden wir das jetzt noch mehr kontrollieren mit docker und werden gucken ob jedes ob die ganzen sachen auch laufen wir werden ein problem bekommen und zwar wird wahrscheinlich der mosquito nicht erreichbar sein von außen also wir gucken gleich mal docker ps minus a also laufen tut alles schon mal das ist gut und wenn wir jetzt mal probieren auf den mosquito server drauf zuzugreifen werden wir etwas feststellen ich muss dazu jetzt kurz mal ein programm starten also für euch geht es gleich weiter so da haben wir jetzt das programm gestartet nennt sich mqtt explorer kostet nichts könnt euch runterladen werdet auch brauchen und hier wenn wir jetzt mal die ip eingeben das ist die 233 und der standard port ist 1883 und wenn wir jetzt auf connect drücken dann stellen wir fest disconnected vom server der mosquito mqtt server akzeptiert uns nicht als user das hat folgenden grund in der standard ausführung von mosquito läuft der mosquito server nur lokal das heißt er nimmt von außen keine keine befehle entgegen und um das jetzt zu ändern müssen wir eine datei bearbeiten und da müssen wir jetzt gleich mal hin eiern und das ganze muss ich jetzt kurz noch mal vorbereiten weil ich da noch mal was laden muss das heißt für euch geht es gleich weiter und ich mache das mal eben bis gleich so da bin ich wieder haben wir soweit alles vorbereitet jetzt gucken wir mal wo die sachen liegen und zwar gucken wir mal mit ls hier rein gehen wir mal aus dem verzeichnis raus gucken noch mal mit ls und ich glaube es ist in war war cd-lip cd-docker ich gehe jetzt einzeln durch ihr könnt das natürlich alles hintereinander schreiben ja und jetzt muss ich noch mal gucken dann cd-volumes und dann heißt das cd root unterstrich moskito unterstrich konfig einfach tabulator taste drücken dann wird es automatisch vervollständigt und jetzt da ist jetzt ein ordner drin der heißt unterstrich data also cd unterstrich data und hier müsst ihr jetzt die konfig liegen da ist moskito konfig die müssen wir bearbeiten also ihr müsst nach war lip docker volumes root unterstrich also quasi ihr müsst hier hin das ist hier euer fahrt da müsste hin also wenn er jetzt eingibt cd plus das hier dann seid ihr eigentlich schon da wohin müsst ich kopiere mir das mal raus für die youtube für die youtube geschichte hier dass ich euch dann mal den den fahrt unten rein kopieren kann so da sind wir jetzt drin und da ist die moskito konf und die bearbeiten wir jetzt einfach nano mos und dann einfach die tabulator taste drücken dann wird der automatisch vervollständig drücken enter und da sehen wir schon das ist die moskito konfig datei da scrollen wir mit den bildern tasten bis runter zum ende bildern und da kopieren wir nein da kopieren wir folgendes rein das habe ich hier irgendwo offen genau hier ist es das müssen wir da rein kopieren ja ja genau das kopieren wir da rein allow anonymous true und listener 18 83 00 00 so das müssen wir dann mit steuerung x beenden mit yes bestätigen enter auch bestätigen so jetzt müssen wir hier aus dem verzeichnis raus da sind wir jetzt raus genau wir sind da wir sind wieder im root mit cd schrägstrich kommen wir wieder raus und jetzt müssen wir den moskito server neu starten das heißt wir gucken jetzt nochmal mit docker ps wie der heißt der moskito der hat hier diese id die kopieren wir uns mal und dann schreiben wir docker restart und dann die id dahinter jetzt wird der wurde der docker restarted und jetzt müssten wir mit dem mqtt explorer müssten wir jetzt auf den server darauf zugreifen können tatsächlich ist es so wir sind auf dem mqtt server drauf ja das heißt hier sehen wir schon ein paar published sachen das sind aber nur standard sachen die quasi der mqtt server von hause aus jetzt schon zur verfügung stellt da sind jetzt noch keine daten drin die für uns wichtig sind ja so okay dann haben wir das schon mal fertig und theoretisch müssten wir dann jetzt auch schon mit all unseren anderen sachen darauf zugreifen können ich werde das jetzt mal vorbereiten indem ich mal die ganzen fenster öffne und wir sehen uns dann gleich wieder so ich habe das denn jetzt mal vorbereitet für euch und zwar haben wir dann jetzt quasi hier unseren ersten teilnehmer das ist die 9443 das ist portena ja und hier müssen wir dann jetzt einmal you will need to restart portena ja das ist security pop 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 was auch immer wie das wort heißt das heißt portena möchte jetzt einmal neu gestartet werden das kriegen wir auch hin wir sagen dann einfach docker restart und dann suchen uns hier von portena die id raus da müsste auch nicht die ganze kopieren da reichen auch die ersten drei zeichen also ich glaube wenn man 130 eingibt dann müsste das eigentlich auch gehen ja so und jetzt gucken wir mal ob wir jetzt hier auf portena zugreifen können ja können wir so jetzt müssen wir hier ein passwort vorgeben haben wir und ja create user get started local und dann hier bei containers sehen wir da sind unsere container wir kennen ja das wundervolle portena schon so dann haben wir hier not red not red läuft auf der 1880 herzlich willkommen bei not red als klar brauchen wir nicht und das hier können wir auch mal weg löschen und schon ist hier unser wohnen wunderschön ist not red schon mal da das heißt wir können dann jetzt hier schon mal flows erstellen so dann haben wir auf der 80 86 auf der ip haben wir ein influx db da haben wir natürlich das wort admin als benutzername genommen und passwort waren 1 2 3 5 6 7 8 9 0 alles klar und hier sind wir dann auch schon bei den buckets und da sehen wir unser solar bucket ist quasi vorhanden so dann haben wir auch noch grafana grafana das ist dann immer admin admin als initial passwort und dann müssen wir hier chrome mal ein bisschen ein tütteln so haben wir mal ein passwort hinterlegt und damit sind wir jetzt dann auch in grafana unterwegs so das heißt soweit funktioniert jetzt alles das heißt wir müssen jetzt noch mal ein paar sachen dann vorbereiten das bedeutet wir gucken jetzt erstmal in not red dass wir erstmal schauen ob überhaupt die ganze geschichte funktioniert so wie wir uns das vorstellen dazu muss ich aber noch ein fenster kurz aufmachen muss ich nicht vergessen mache ich gleich geht gleich weiter so da ist es open ddu ja also mein open ddu wir sehen also der wechselrichter ist schon tot der schläft schon ja ist ja keine sonne mehr draußen gerade aktuell deswegen schläft ja schon aber wir können ja mal gucken heute haben 2,9 kilowattstunden gemacht und insgesamt haben wir schon 106,68 kilowattstunden erzeugt mit unserem kraftwerk sehr 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 schön gefällt mir wirklich gefällt mir wirklich so jetzt gehen wir hier auf ich muss niesen da war der mikrofon gerade gepiekt so wir gehen hier mal bei info mqtt ne quatsch wir gehen bei einstellungen mqtt und ich schiebe den jetzt mal rüber auf unseren test server damit wir gleich mal gucken können ob da was kommt drücken wir mal speichern und wenn wir jetzt hier mal beim mqtt server gucken also quasi mit dem explorer auf unseren server gucken das sehen wir schon hier ist der ham 800 aufgetaucht und wir sehen hier alle möglichen dinge die wir so wissen wollen also wirklich sehr sehr schön wir sehen hier natürlich noch nicht alles weil natürlich der wechselrichter jetzt bestimmte sachen nicht schickt ja weil er ja schläft gerade das heißt er ist ja wie soll man sagen er ist ich weiß nicht ob er schon ob er schon ob er schon aus ist doch der ist schon aus haben wir ja schon gesehen er ist schon aus er hat sich schon also vor 2100 sekunden hat er sich das letzte mal gemeldet das heißt ist jetzt ein blödes beispiel jetzt kommt hier nicht mehr ja hier kommen jetzt keine dc werte und rein weil wir natürlich jetzt hier wir haben es war noch an aber es ja er macht nichts mehr das heißt er schickt keine aktuellen daten mehr deswegen sieht er hier nicht alles aber was wir hier sehen ist zum beispiel das limit dass er bei 600 watt limitiert ist wir sehen die ac power ist null wir sehen gilt heute also den ertrag von heute wir sehen den er hat also den totalen den von heute sehen wir hier sehen wir auf der dc seite 0,4 watt vorne noch haben wir ja wirklich noch 0,4 watt auf der dc seite ja 0,2 plus 0,2 sehen wir hier ja sind 0,4 hatte tatsächlich recht aber ist ja egal darum geht es ja nicht sondern ihr müsst es ja dann analog spielen mit dem was ihr dann bei euch da bauen wollt so also das ist unser ham 800 der jetzt hier wunderschön in den mqtt server immer alle fünf sekunden seine daten rein schiebt das könnt ihr übrigens hier bei mqtt einstellen hier unten steht veröffentlichungsintervall da könnt ihr dann sagen wie oft er das ganze pro sekunde machen soll also ja na wie oft er es machen soll in welchem intervall von wieviel sekunden er das machen soll so dann haben wir natürlich noch lwt parameter das heißt dtu status das ist ja das was ihr hier auch seht bei dtu zum beispiel ja da seht ihr hier zum beispiel ist status ist online dass die uptime dass die ip und der hostname und der rsi rssi wert der ist auch immer sehr interessant dann weiß man ob der ob die dtu genug empfang hat also vom wlan ja und ja alle möglichen anderen werte kann man ja auch noch auslesen bootloader version brauchen wir zwar alles nicht aber wie gesagt wir haben jetzt leider keine werte weil er jetzt schläft ist jetzt blöd wenn man das abends aufnimmt aber tagsüber will ich auch meine werte nicht verfälscht haben deswegen habe ich das jetzt hier abends aufgenommen aber das reicht uns ja so jetzt müssen wir prüfen ob wir die daten quasi vom mqtt server in unser notrett rein kriegen jetzt aktuell ist es ja so dass der mqtt server diese daten nicht speichert das heißt er bekommt dieses topic aktualisiert die werte und das war's das heißt es gibt keine speicherung der aktuellen daten die werden also nicht gespeichert das müsst ihr wissen die werden wir jetzt speichern den notrett müssen wir jetzt erstmal hier unter paletten verwalten müssen wir jetzt erstmal was installieren und zwar brauchen wir hier also wenn ihr tas motor zum beispiel geräte haben müsste hier das motor noch installieren ja also dieses note red contrib tas motor habt ihr gerade gesehen dauert einen moment hier ist es note red contrib tas motor und wir brauchen natürlich influx db und da nehmt er einfach hier diese note red contrib influx db also die hier die wird einfach installiert ja so fertig installieren und damit habt ihr eigentlich schon alles was ihr benötigt um jetzt tatsächlich irgendwelche daten abzufragen so so womit fangen wir an wir machen mqtt message und zwar mqtt in wir wollen also eine mqtt message lesen dazu drücken wir hier doppelt drauf und jetzt müssen wir auf der rechten seite ich mach es mal größer so kann man es größer machen ja genau hier müssen wir jetzt einen neuen mqtt server einrichten da hinten auf die auf die auf den stift dann schiebt sich das so hin und her so und jetzt müssen wir hier die ip eingeben 192 168.0.203 ist ja unser mqtt server also unser docker host ja also quasi der hier dann seht ihr ja hier der das ist ja hier unser docker host so und port 1883 den rest lassen wir so wir nennen das ding jetzt mal mqtt server ja so nennen wir das ding hinzufügen so jetzt wollen können wir zu einem single topic subscriben oder wir können ein dynamische subscription machen das ist ein bisschen schwierig ich selber bin nicht so der profi in not red deswegen kann ich euch da gar nicht sagen wie es am besten macht also da müsste dann schon mal irgendwo not red tutorial gucken von irgendjemand anders aber was ich euch zeigen kann ist zum beispiel wenn man single topic machen dass wir sagen okay wir nehmen jetzt mal sagen wir mal power die sie power das nehmen wir jetzt ja da klicken wir jetzt drauf und dann können wir hier oben das topic kopieren und können hier das topic einfügen dann heißt steht hier haben 800 slash dc power so das ist schon mal soweit okay und jetzt nennen wir das dc power total ja das ist ja was die aktuelle dc leistung gesamt ist ja das ist ja die gesamt leistung das ist die dc gesamt leistung das ist die dc gesamt leistung das sind so die sachen die wir hier so sehen so ok dc power total dann sagen wir fertig so und jetzt um das zu prüfen ob das funktioniert können wir uns jetzt hier mal eine debug note schnappen und ziehen die mal hier so ein und debug ist hier immer wenn man hier auf den bug klickt dann ist man hier in der debug note und wenn wir jetzt auf übernahme gehen dann sehen wir schon hier kommen die messages auf der rechten seite als payload an also funktioniert auch soweit ohne probleme so wie kriegen wir das ganze jetzt in die influx db dazu brauchen wir hier den influx und zwar influx out wir wollen ja in die influx reinschreiben und verbinden die note hier auch miteinander und jetzt müssen wir ein bisschen was konfigurieren wir machen wieder ein doppelklick auf die influx db und klicken hier wieder auf den neuen influx server in dem fall nennen wir den jetzt mal influx db 2.x und da müssen wir natürlich hier 2.0 auswählen ist ja klar und hier tragen wir dann die ip ein das ist die 19168.0.233 standard port 8086 und hier kommt zum ersten mal das thema token mit dem token müssen wir uns authentifizieren beim influx 2 server und den token müssen wir jetzt erstmal generieren das heißt wir gehen wieder zurück auf unsere buckets also 19168 0233 8086 also doppelpunkt 8086 dann gehen wir hier auf die buckets und dann gehen wir hier hinten auf api tokens und dann sagen wir wir generieren ein api token all access und nennen das ganze mal mqtt ist egal wie ihr das nennt ist ja nur dass ihr wisst wofür der token ist dann sagt er auf save und jetzt wird der token generiert diesen token kopiert ihr euch genau so wie ich es gerade gemacht habe bei bei mir hat dieses copy to clipboard nicht funktioniert also dann ist der weg dann kriegt ihr den nicht wieder und den kann man nicht danach noch mal sehen ja also kopiert euch den hier raus und ich habe mir den ja wie gesagt hier unten dann reinkopiert in meine datei müsst ihr nur aufpassen da dürft ihr natürlich die docker compose datei nicht zu nehmen weil dann wird euer docker compose nicht funktionieren ich mache es aber jetzt nur für mich so speichert euch das in irgendeine text datei ja so jetzt haben wir den mqtt api token das heißt wir gehen wieder zurück zur note red und tragen hier den token ein dann sagen wir hinzufügen so jetzt ist die frage was ist das für eine verbindung da können wir auch hinschreiben influxdb so heißt die verbindung und wir haben eine 2x die organisation erinnert euch heißt failpower also bei mir heißt die failpower der bucket heißt solar ja und das measurement und das ist jetzt das was ihr dann am ende in grafana lesen wollt also welchen wert wie der dann heißt das könnt ihr nämlich hier bestimmen den nennen wir jetzt mal dc power total sage ich jetzt mal dc power total dann wissen wir das ist der dc wert also das was von beiden solarpanelen gleichzeitig als dc als gleichspannungsleistung kommt drücken fertig und wir sagen übernahme so nein wir wollen es nicht speichern so jetzt müsste theoretisch schon etwas in der datenbank landen das können wir nämlich mal gucken indem wir jetzt hier mal bei influx auf der dings gucken bei buckets quatsch bei buckets hier unten runter bei data explorer und dann wählen wir hier unseren solar aus und da sehen wir schon hier ist es dc power total haben wir gerade eingetippt sagen wir mal submit und wir sehen hier tatsächlich schon die ja hier steht jetzt 400 milli ja da müsste müsste dann natürlich euren entsprechenden wert anpassen so wir gehen in den script editor kopieren uns hier einmal dieses query raus weil das ist nämlich das wir dann zukünftig eure queries bauen müsst ihr müsst die quasi hier vor basteln wie ihr die haben wollt müsst dann über den über den script editor hier rein müsst euch das script dann kopieren und das müsst ihr dann in die grafana geschichte rein kopieren so das machen wir jetzt auch mal wir gehen jetzt mal zu grafana bei grafana müssen wir natürlich jetzt erstmal noch ein paar sachen einstellen das heißt wir gehen jetzt hier unten erst mal auf connections data sources at data source nennen die influx db und wir nennen die jetzt hier mal 2.x damit wir wissen das ist eine zweier wir stellen hier die sprache auf flux das ist ja das was ihr wolltet und hier müssen wir jetzt den kompletten fahr zur influx db eintragen das wäre dann http doppelpunkt doppelslash 902 968 0.233 ist ja meine ip 8086 so basic out brauchen wir nicht dann brauchen wir die organisation die hieß fellpower das token haben wir uns ja kopiert genau das können wir hier nochmal kopieren ja das ist so lustig hier wie gesagt das müsstet ihr euch dann irgendwo hin kopieren wo es tatsächlich wieder findet token steuerung v und das default bucket war solar genau jetzt machen wir save and test funktioniert sehr schön das heißt unsere data connection ist jetzt da jetzt kopieren wir uns wie gesagt hier nochmal die sachen raus das haben wir ja jetzt hier schon mal angelegt und jetzt sagen wir mal wir wollen mal ein dashboard erstellen hier im generell im generell baum machen wir mal new dashboard und jetzt hätten wir mal eine visualization und jetzt können wir hier unten die datenbank auswählen und können dann hier steuerung v machen und haben dann hier quasi unser erstes dashboard ja also wo wir dann machen auf apply und da sehen wir dann hier haben wir zum beispiel unser erstes dashboard das könnte euch dann jetzt hin und her ziehen wie ihr wollt und hier sehen wir den wert 0,4 man muss hier natürlich jetzt noch die ganzen sachen entsprechend einstellen also wir sagen ja zum beispiel value machen wir mal last also der letzte empfangene wert wir können dann auch noch hier irgendwelche ja irgendwelche diagramme daraus machen indem wir das hier so ein bisschen halb durchsichtig machen was auch ist immer wichtig ist ist die unit zum beispiel bei power dc sagen wir mal ist es volt ja und dann wird hier auch auf volt eingestellt also auch auf milli volt und schon habt ihr eigentlich hier euren aktuellen wert die sie power ihr könnt natürlich den panel title noch bearbeiten also ihr könnt zum beispiel sagen hier das ist dc power total ihr könnt das ja nennen wie ihr es wollt ja das ist ja euer ding und ihr könnt auch unten dieses value das könnt ihr durch ein override zum beispiel auch ändern und da ändern wir mal da sagen wir dann das ist glaube ich heißt die text ich weiß es nicht mehr wie es war value muss geändert werden in ach ich weiß es nicht mehr achse 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 wo war es ach jetzt muss will ich euch hier wieder irgendwas zeigen was ich normalerweise überhaupt nicht mache aber ja so und dann schreiben wir jetzt hin power sag ich jetzt mal so und jetzt ist das hier oben ne dieses value hat sich jetzt geändert zu power ja da könnt ihr ja schreibt da nicht power hin sondern schreibt da halt strom hin strom hin ne erspannung ist das ja das erspannung was wir hier das ist schon das ist schon sehr geil wir machen dc power total und ich schreibe volt hin das ist eigentlich da habe ich mich gerade selbst geohnt leute da habe ich mich gerade selbst geohnt so warte mal das müssen wir hier mal weglöschen sonst ist es weg so und zwar ist es ja nicht volt sondern äh leistung ist ja watt ja ist ja watt watt energy watt so jetzt ist es richtig so wie gesagt die overrides haben jetzt eingestellt da steht jetzt hier unten immer noch value ja da müssen wir dann jetzt halt hinschreiben watt und dann steht hier watt ne letzte 400 milliwatt apply hier auf save drücken speichern dann ist es auch gespeichert das dashboard ne sonst ist es weg und jetzt haben wir hier quasi unsere 400 milliwatt die wir jetzt aktuell dc power total noch fahren ja wobei ich ja nicht weiß dc power wo ist ein open dtu dc power ist ja glaube ich dc leistung ja ist in watt genau ja das ist das was wir gerade dass dieser wert hier dc leistung 0,4 watt das sind diese 400 milliwatt die ihr hier seht ja und dieser wert ändert sich natürlich wenn die maschinerie dann los liegt ja also da seht ihr das ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert und ihr könntet dann zum beispiel auch sagen wir ändern jetzt mal eine wird visualisation stellen hier jetzt mal auf statisch und können den selben schnatter können wir jetzt auch wieder kopieren und und haben dann zum beispiel hier genau das gleiche dc leistung gesamt und wir stellen natürlich wieder den die unit stellen auf watt so und dann steht da zum beispiel ja 400 milliwatt ist jetzt unser aktueller wert ach so ja weil ich euch noch zeigen wollte wenn er hier unten zum beispiel bei min ja wenn er da zum beispiel last eintragt dann wird immer nur der letzte wert eingetragen den der empfang wurde ja also das vielleicht noch mal so als als hinweis weil min ist ja immer ein durchschnitt und wenn ihr nur den letzten wert sehen wollt dann sieht das ganze so aus ja und so könnt ihr euch euer dashboard so zusammenstellen dass das ebenso aussieht wie das dashboard was ich euch mal gezeigt habe nur dass ihr jetzt das ganze per not red macht ihr müsst das dann quasi für jeden einzelnen wert zu machen also diese debug note hier oben die braucht dann nicht mehr die ist ja nur zum zum testen gewesen damit wir hier sehen was wir da lesen und so müsstet ihr das jetzt quasi für jeden wert machen den ihr verarbeiten wollt ihr könnt natürlich auch werte noch rechnen hier in in not red wenn ihr zum beispiel mal schaut die uptime zum beispiel hier seht ihr mal die uptime wo war sie wo war sie euch wenn ich es hier die uptime da müsst ihr die uptime ist ja natürlich berechnen ja das sind ja glaube ich millis oder so also millisekunden wie auch immer um das jetzt halt in tage monate wochen jahre stunden was auch immer so um zu rechnen müsst ihr euch halt mal kopf machen wie ihr das macht das wäre dann theoretisch hier auch möglich in influx in influx in not red da habt ihr auch verschiedene funktionen ja also hier bei function da könntet ihr dann zum beispiel hier auch wirklich eine funktion reintun also da schreibt da denn rein dass irgendwas durch 1000 rechnet werden muss oder was auch immer das könnt ihr alles im internet rausfinden bei not red auf der seite wie das hier aussehen muss da will ich jetzt nicht drüber sprechen ja aber nur dass er das mal gehört habe dass das auch geht dass hier in not red auch schon sachen sage ich mal berechnen könnt und die dann bereinigt in die influx db schiebt um sie dann bereinigt hier auf der grafana seite zu bekommen ja also super coole sache wie ich finde ich muss jetzt hier nur noch mal den mqtt wieder umbauen auf meinen alten weil sonst wunder ich mich morgen dass ich keine daten habe so also das ist ganz einfach ihr schreibt open ddu um auf euren mqtt server und wir können ja mal gucken was der jetzt gerade so an leistung hat also aktuell nimmt der sich 474 megabyte dieser server mit 0,6 prozent von zwei cpus und ja die das laufwerk habe ich jetzt mal 30 gigabyte groß gemacht das ist jetzt 2,3 gigabyte groß ihr dürft natürlich nicht vergessen dass wenn die datenbank also wenn ihr keine retention time einstellt ja dass dann natürlich die ja dass dann die daten gar also gar nicht gelöscht werden und die datenbank natürlich immer größer wird ihr könnt natürlich auch hier unter buckets habt ihr euren solar bucket dann könnt ihr auf settings und da könnt ihr zum beispiel auch sagen alles was älter ist als weiß ich nicht ein jahr oder ihr könnt auch fünf jahre nehmen oder drei jahre oder was auch immer wird dann gelöscht ja hier in dem fall sage ich jetzt never und aber es war ja schon als never eingestellt aber wenn ihr zum beispiel sagen würdet hier ich möchte jetzt nur werte von einem jahr haben alles andere wird gelöscht dann save changes und dann wird der bucket so bearbeitet dass immer nur die letzte das letzte jahr sozusagen zu sehen ist also rückwirkend von dem tag wo ihr drauf guckt 365 tage zurück ja und alles andere würde dann halt gelöscht werden alles was davor ist das ist dann auch immer dann interessant wenn man eben sagt ich habe jetzt hier nicht unendlich platz auf meiner festplatte ich will jetzt hier keine zehn gigabyte sachen haben dann kann man das zum beispiel so machen was man aber auch machen kann ist die sogenannte also nicht dass die retention sondern es gibt ja noch die möglichkeit dass man nur werte schreibt die auch sich wirklich ändern ja das heißt also dann spart man natürlich auch datenpunkte wenn man natürlich nicht alles speichert was sich eben nicht ändern zum beispiel die ip von unserem server die könnten wir jetzt runter also rausreißen hier ist ja haben 800 dtu ip dass die ip vom dti von open dtu die ändert sich ja eigentlich gar nicht und wenn man die zum beispiel so wie ich mit anzeigen lassen will dann reicht das wenn man die einmal reinschreibt man muss ja nur einmal reinschreiben beziehungsweise nur reinschreiben bei veränderungen wenn der wert sich nicht verändert habt ihr genau einen einzigen datenpunkt mit dieser ip und das sind auch sachen müsst ihr auch wissen ja wenn er also sinnlos immer wieder dieselben sachen reinschreibt habt ihr für jeden datenpunkt quasi denselben wert und die datenbank wird riesengroß was nicht sein muss ja also das kann man dann zum beispiel auch noch beachten und ja ansonsten kann man das ganze natürlich auch glaube ich mit einer lokalen mit einer zentralen mqtt message abrufen glaube ich vom vom von open dtu und kann das ganze denn parsen also quasi mit so einem filtersystem auseinander filtern und haben die leute die wildesten die wildesten notred sachen da schon gebastelt ihr müsst halt immer gucken wie das dann für euch am ende hier wird ja also diese dieses topic ist ja immer das gleiche dieses dc power ist immer das gleiche dieses ham 800 ja das jetzt heißt verschoben dieses haben 800 das liegt ihr fest ja also dieses haben 800 hier dieses haupttopic also quasi dieses haupttopic hier haben 800 das legt ihr selber fest und zwar in open dtu in den mqtt einstellungen seht ihr hier das ist das basis topic das ist genau das was ihr quasi hier seht und das könnt ihr ja selber festlegen sage ich mal und alles danach also alles was hier dc power zum beispiel ist das ist wieder gleich das heißt wenn ihr von jemanden so ein flow so ein chart flow chart bekommt könntet ihr das tatsächlich verwenden ja also das geht man kann denn hier oben auf diese drei dinger gehen sagt dann import und dann sieht man hier hat man entweder eine datei von import oder man kriegt so eine ganz lange kopierte code leiste und die kann man hier rein packen ich weiß nicht habe ich hier irgendwelche beispiele aus sehr lustig hier gibt es beispiele oder das ist ja cool guck mal ein pauser alter jason pauser gibt es ja guck mal hier gibt es ja alles mögliche sequenzen ja guck mal also das das was ich meine man kann also ich bin nicht der größte notred freak also ich würde jetzt alle werte so hier mit einer message hier rein tun würde es in influx schreiben dass sowas würde ich machen ja und wenn ihr da natürlich noch andere sachen mit daraus machen wollt dann geht das natürlich auch was aber auch noch cool ist was notred auch kann das sind die geschichten mit dem dashboard ich weiß nicht ob man das installieren muss wartet mal ich guck mal ich guck mal ich guck mal ich guck mal ob man das dashboard dashboard set of dashboard notes ja komm wir probieren ob es das ist und notred dashboard hier ist es wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das richtige dashboard hier das installieren wir mal installieren das mal ui tab group spacer naja guck mal so alles klar ja hier haben wir schon ein paar sachen so und jetzt müssten wir hier irgendwelche dashboard sachen haben und hier hat man zum beispiel eine gorge also eine gorge eine anzeige die könnten wir jetzt hier noch rausziehen so und jetzt können wir sagen okay value bla 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 unit ist okay und jetzt müssen wir hier noch eine gruppe hinzufügen da muss der ss wieder eine gruppe erzeugen ja müssen wir ein tab erzeugen und bla 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 hinzufügen 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 fertig so und jetzt übernehmen das ganze mal und jetzt müsste da hier irgendwo müsste jetzt hier das dashboard sein genau und da haben wir das dashboard und ich glaube wenn man hier irgendwo wo muss man hier drauf klicken ich weiß es nicht mehr irgendwo muss man hier hin klicken da gibt es ein symbol und dann kann man auf das dashboard zugreifen ja ich weiß es nicht mehr hier irgendwo ist ja so ein das haben sie wahrscheinlich erinnert total geil jetzt ist wieder so ja ach so ich habe ansicht dashboard nein das ist es nicht ansicht dashboard passiert nichts irgendwie gibt es hier seine hier irgendwo muss man dran muss man darauf klicken ich weiß nicht mehr wie es war es ist tausend jahre her da gibt es eigentlich so einen link dann sieht aus wie so ein link sieht es aus da kann man darauf klicken und dann geht das dashboard auf keine ahnung müsste selber ausprobieren ich will jetzt hier nicht noch zwei stunden rumspielen aber jedenfalls könnte da dann auch so ein dashboard haben und könnte dann quasi auch hier grafisch was anzeigen ja ja okay so viel dazu das soll ja jetzt hier auch kein notrett tutorial werden sondern hier könntet ihr dann auch verschiedene controls und hast du nicht gesehen und bla und das motor und speichern daten speichern ja ihr könntet parsen und das müsst ihr auch parsen ja bei mqtt da kann man so einen schönen pars machen ja und so weiter und so fort hier http kann man machen und bla 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 ja somit habt ihr diese werte jetzt erstmal in der influx db und könnt sie hier verarbeiten und könnt damit machen was ihr wollt und das ist dann die version ohne iobroker ja wie ich finde auch möglich ein bisschen mehr arbeit aber auch mehr freiheiten ja gut wenn ihr noch fragen habt schreibt in die kommentare ansonsten discord ist ja klar und ja e mail ja wie gesagt schreibt mir lieber in die kommentare dann haben auch die anderen was davon guti das war's ich wünsche euch was viel spaß damit jetzt könnt ihr rumbastellen und könnt äh euch ausprobieren bis dem tschüss euer chris ja ja Vielen Dank.